Tresse, Filmansatz, Monofilament, Monoscheitel, Monowirbel, Doppelmono, Handgeknüpft? Wenn ihr keine Ahnung habt, wovon ich rede und neu seid auf dem Gebiet Perücken, dann seid ihr hier genau richtig. In diesem kurzen Video möchte ich euch die verschiedenen Macharten, auch genannt Monturen oder Kappenkonstruktionen vorstellen, die es bei Perücken gibt und euch kurz die Unterschiede erklären und welche Vor- und Nachteile das Ganze hat. Wenn euch das interessiert und ihr gerne durchblicken würdet, dann bleibt einfach dran. Hallo, herzlich willkommen in meinem Kanal. Mein Name ist Sarah und ich möchte euch heute die verschiedenen Perückenkonstruktionen, auch Monturen genannt, vorstellen. Wenn ihr gerade ins Thema Perücken einsteigt und nicht genau wisst, was das alles bedeutet und welches die richtige Perücke für euch ist, dann hoffe ich, dass ich etwas Licht ins Dunkel bringen kann. Ich werde euch jeweils Beispiele dazu einblenden, damit ihr seht, wovon ich rede. Es gibt natürlich noch diverse andere Macharten von Perücken, aber ich möchte euch die sogenannten medizinischen oder hochwertigen Markenperücken vorstellen. Wir fangen mit der einfachsten Art an und steigern uns dann langsam bis zur luxuriösesten Variante, die es gibt und das Ganze spiegelt sich natürlich auch im Preis wider. Während die einfachste Perücke fast komplett maschinell hergestellt wird oder zumindest mit Hilfe von Maschinen ist die luxuriöseste Variante komplett ran geknüpft, was natürlich extrem viel mehr Zeit bedeutet und somit auch den höchsten Preis hat. Ich werde euch jeweils die deutschen und englischen Begriffe dafür geben, falls ihr auch mal in den englischsprachigen Shops einkauft. Ja, die einfachste Machart von Perücke nennt sich im Deutschen meistens Tresse und das englische Äquivalent dazu wäre Wefts oder Wefted, auch genannt Basic Cap oder Open Cap. Ein Beispiel dazu seht ihr hier. Das bedeutet, dass die Perücke aus einem Baumwollnetz besteht, auf das Bänder aufgenäht werden. Eine Tresse ist ein Band, auf denen die Haare oder Fasern, in dem Fall meistens sind es ja Kunstfasern, aufgenäht werden an einer Reihe und das Ganze wird dann in verschiedenen Lagen auf die Perückenkappe aufgenäht. Oben ist die Kappe entweder auch offen in einzelnen Tressen oder auch geschlossen, wie in dem Fall, den ihr hier seht, wo sich ein bisschen Permitees darunter befindet. Für die Fachbegriffe, auf die ich heute nicht im Detail eingehen will, könnt ihr euch auch gerne mein Video, das ich schon vor einer Weile gemacht habe, anschauen, wo ich die ganzen Fachbegriffe erkläre und das ich euch hier oben verlinke. Eine Basic Cap oder Tressenperücke ist natürlich grundsätzlich nichts Schlechtes und eignet sich besonders gut als Einsteigerperücke, weil der Preis natürlich auch dementsprechend niedrig ist und man erstmal damit Erfahrungen sammeln kann, ob man sich damit wohl fühlt etc. Meistens haben sie einen Pony in irgendeiner Art, also entweder einen kurzen oder einen langen, den man dann zur Seite trägt, wo man keinen Haaransatz sieht, damit das Ganze trotzdem einigermaßen realistisch rüberkommt. Die zweite Variante wäre eine Besonderheit von Ellen Wille, soweit ich weiß, das ist der größte deutsche Perückenhersteller. Das nennt sich Mono-Wirbel oder im Englischen Mono-Crown. Da wird nur hier hinten ein kleiner, runder Kreis mit einem Monofilament, das ist so ein Netz, eingesetzt und dieser ganz kleine Teil ist dann von Hand geknüpft, da werden die Fasern einzeln von Hand eingenäht quasi oder reingeknüpft, damit das hier im Wirbelbereich, wo sich die Haare teilen, realistischer aussieht. Oftmals gibt es diesen Mono-Wirbel in Verbindung mit einer sogenannten Mini-Lace, das ist so ein kleines Stückchen Filmansatz, der ebenfalls handgeknüpft wird, wo ihr dann zumindest eine Seite aus dem Gesicht tragen könnt, wie in dem Beispiel, das ihr hier seht, das wäre die Tabu von Ellen Wille, die sowohl diesen Mini-Filmansatz hat und den Mono-Wirbel. Als nächstes möchte ich euch eine Perücke zeigen, die nur einen Filmansatz hat, das gibt es auch öfter. Das heißt, nur der Teil hier vorne, meistens so ungefähr von hier bis hier, ist handgeknüpft. Das heißt, ihr seht, da ist ein Streifen angenäht aus diesem Monofilamentstoff, auf diesem Netz, wo die Fasern einzeln von Hand eingenäht werden und das hat den Vorteil, dass ihr die Haare aus dem Gesicht tragen könnt, wie bei diesem Modell hier, ich zeige euch das kurz von nahem, dass der Ansatz sehr echt und realistisch aussieht und da dieser Teil, wie gesagt, von Hand geknüpft wird, ist das Ganze schon ein bisschen teurer als die Tressen-Konstruktion oder Basic Cap. Die nächste Montur wäre eine Kombination aus Filmansatz und Monofilament-Scheitel. Das heißt, meistens geht dann der Filmansatz in so einen Netzbereich über, der oftmals bis hier hinten geht. Das heißt, ihr könnt die Perücke auf einer Seite, meistens auf der linken Seite, scheiteln und habt dann auch, wie bei dieser hier, diesen Ansatz, wo man Kopfhaut durchsieht oder die Illusion von Kopfhaut, wenn ihr noch eigene Haare habt und somit habt ihr noch ein Stückchen mehr, was noch realistischer aussieht und hier seht ihr, dass es ein relativ großer Bereich ist, der handgeknüpft ist, was die ganze Sache auch wieder ein bisschen teurer macht. Es gibt auch Modelle, die nur diesen Monofilament-Scheitel haben und keinen Filmansatz, kommt dabei eher selten vor. Dann kommen wir zum sogenannten Monofilament oder auch Mono-Top genannt oder Monofilament-Top, auch im Englischen. Das bedeutet, dass der komplette obere Bereich handgeknüpft ist mit diesem Netzstoff und das gibt es in aller Regel auch mit dem sogenannten Filmansatz. Es gibt aber auch Modelle, die nur dieses Top haben, das variiert. Im Idealfall habt ihr einen Monofilament-Top und den Filmansatz und das hat den Vorteil, dass ihr die Haare scheiteln könnt, wo ihr wollt, also entweder auf der linken Seite, auf der rechten Seite oder auch in der Mitte. Ganz nach Belieben und ihr seht immer die Kopfhaut durch, was natürlich noch realistischer aussieht. Diese Modelle sind dementsprechend auch wieder teurer als die, die nur einen Monofilament-Scheitel haben. Dann gibt es noch eine Besonderheit, die nennt sich Doppel-Mono oder Double Monofilament. Das habe ich vor allem bei der Marke Amore gesehen, aber gibt es auch noch bei ein, zwei anderen Marken. Das bedeutet, dass dort das Mono-Top aus zwei Lagen besteht. Und zwar kommt unter diese Monofilament-Schicht eine zweite Lage mit einem hautfarbenen Stoff, der nicht transparent ist und so habt ihr eine noch bessere Illusion von Kopfhaut, wenn ihr zum Beispiel sehr dunkle eigene Haare habt und die darunter verstecken wollt und es sieht dann trotzdem nach Kopfhaut aus. Hier habe ich leider kein Modell, was ich euch zeigen kann, aber ich denke, ihr könnt es euch vorstellen. Dann kommen wir zuletzt zur sogenannten Luxus-Variante, 100% handgeknüpft und im Englischen auch fully hand-tied oder 100% hand-tied genannt. Das bedeutet, dass an diesen Brücken fast alle Teile aus diesem Monofilament-Stoff bestehen und komplett handgeknüpft sind. Also hier vorne der Film-Ansatz, das komplette Monofilament-Top und der hintere Bereich, der komplett handgeknüpft ist. Der Vorteil bei diesem Modell ist zum einen, dass sie einen sehr hohen Tragekomfort haben, weil sich das ganz anders anfühlt und viel weicher ist als diese Netzkappen, die sonst verarbeitet werden. Und natürlich sehen die Haare rundherum so aus, als würden sie direkt aus der Kopfhaut wachsen. Das heißt, wenn ein Windstoß kommt und die Haare hochfliegen oder ihr könnt sie auch gut hochstecken. Also da kann es nicht passieren, dass in solchen Fällen das Netz oder die Tressen durchblitzen. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, welche Variante ist die beste für mich, dann kann euch das vermutlich niemand beantworten. Das ist immer eine persönliche Vorliebe, was euch besser gefällt, wie wichtig euch das ist, dass es sehr echt und realistisch aussieht. Manchen reicht die ganz normale Standardkappe und die sagen, sie brauchen den ganzen Schnickschnack nicht. Andere wiederum wollen nur mit kompletten Monotop oder nur handgeknüpft, weil sie sich damit einfach wohler fühlen und wissen, es sieht hundertprozentig echt aus, da kann nie was passieren. Das müsst ihr wirklich ausprobieren und schauen, was euch am besten gefällt. Natürlich ist es auch eine Geldfrage. So eine komplett handgeknüpfte Perücke kostet natürlich einiges mehr als eine mit einer Standardkappe, die aber heutzutage genauso als eigene Haare durchgehen kann, wenn sie gut gearbeitet ist und diese hochwertigen Markenperücken, die ich auch hier in meinem Kanal immer wieder vorstelle, erfüllen das alle. Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und ihr wisst jetzt einigermaßen, was diese ganzen Begriffe bedeuten und worauf ihr je nachdem achten müsst, wenn euch bestimmte Merkmale wichtig sind. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr auch meinen Kanal abonniert, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Ich hoffe, es geht euch gut, bleibt gesund und bis bald wieder im nächsten Video. Tschüß! Hallo, herzlich willkommen in meinem Kanal. Mein Name ist Sarah und ich möchte euch heute und... und... und das Ganze wird... und das Ganze wird... und das Ganze... und im Englischen Basic Cap oder... damit ihr hier beim Scheiteln... damit ihr an... damit es hier oben realistisch aussieht und vorne. Eine weitere Besonderheit... ne... die nennt sich Doppel Mono oder Double Monofilament. Die nennt sich Doppel Mono oder Doppel... Rosigkeil. Ja.